Die dritte Liga live bei Magenta Sport, präsentiert von B.Win. Was für ein hochemotionales Spiel für Sebastian Schupan und die Würzburger Kickers. Am Ende brachen alle Dämme, aber der Reihe nach. Michael Schiele steht als Cheftrainer mit den Würzburger Kickers vor dem letzten Spiel gegen Halle. Schon sicher mindestens in der Relegation zum Aufstieg. Es reicht aber schon ein Unentschieden und der direkte Aufstieg wäre perfekt. Eine super Ausgangslage, zudem geht es für Halle um nichts mehr. Der Klassenhalt wurde bereits am letzten Spieltag klargemacht. Doch allzu einfach will es der HFC den Kickers auch nicht machen. Die Gäste in Schwarz sind ein unangenehmer Gegner. Scherbakowski, alles im Rahmen und dann mit dem Auge für Pascal Soom und er macht den Treffer. Ja, 37. Minute, das zwölfte Saisontor für Soom. Erstmal der junge Scherbakowski heute von Anfang an macht das clever und eben mit dem Auge. Und dann Pascal Soom mit dem Schock für die Kickers. Das darf natürlich nicht passieren. Die Kickers müssen schon ihre Hausaufgaben machen hier in der Flyer-Alarm-Arena. So steht es 0 zu 1. Aber nur vier Minuten später der Ausgleich. Luca Pfeiffer mit seinem 15. Saisontor. Die Ecke von Hemmerich, dann ist da Sané und Pfeiffer komplett frei. Schiebt ein zum Ausgleich. Damit natürlich alles wieder wunderbar für die Kickers. Michael Schiele zur Halbzeit voll im Soll, aber sicher ist nicht. Es muss schon der eine Punkt heute sein für den direkten Aufstieg. Zweiter Durchgang. Die Kickers wollen das nächste Tor nachlegen. Luca Pfeiffer letzte Saison noch aufgestiegelt mit Osnabrück. Und jetzt mit diesem Blackout genau in den Lauf von Julian Guttau. Der Auf- und Unter von Guttau. Und der gebürtige Halenser macht das 1 zu 2. Der Schock für die Kickers. Aber was macht da Luca Pfeiffer? Eben wäre er noch der Held gewesen mit seinem Ausgleichstor. Und jetzt ist er vorerst der Depp. Aber Guttau macht das auch cool. Würzburg braucht den Ausgleich. Lange kommt nichts mehr. Und dann die dritte Minute der Nachspielzeit. Die allerletzte Chance. Herrmann. Und dann gibt es den Pfiff. Schiedsrichter Pedersen zeigt auf den Elfmeterpunkt. Ausgerechnet Guttau. Vorne das Tor gemacht. Hier springt ihm der Ball an den Arm. Und deswegen gibt es jetzt den Elfmeter. Kapitän Schupan übernimmt jetzt die ganze Verantwortung und macht das Tor. Sebastian Schupan macht den Wahnsinn perfekt. Und schießt die Kickers in die zweite Liga. Nach dem Zweitliga-Abstieg 2017 schafft die Rothosen in ihrer dritten Drittliga-Saison in der 93. Minute die Rückkehr in Liga 2. Und Schupan schreibt Geschichte. Steigt als erster Spieler in der Story mit vier verschiedenen Vereinen in die zweite Liga auf. Ich bin vor drei Jahren hierher gekommen. Wir hatten das Ziel aufzusteigen und jetzt die Mission einfach fertig. Was die Mannschaft geleistet hat, auch schon 2019, was sie seit dem Winter investiert haben. Die haben so viel zurückgesteckt. Schupi vorne weggegangen. Das ist ein Drehbuch für die Saison. Das ist unglaublich. Hau das Ding dann auch noch rein in der, keine Ahnung, 93. Zum Aufstieg, das Tor geöffnet in die zweite Liga. Was ist mir durchgegangen durch den Kopf? Ich habe gedacht, wenn er es oben will, wenn er es will, dann kriegt man noch eins, dann leckt man noch eins rein. Würzburg schafft damit den direkten Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ein beeindruckender Saisonschlussspurt der Chile-Jungs wird belohnt. Am Ende nur noch grenzenloser Jubel und wo man hinschaut, strahlende Würzburger Gesichter. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.